ein wunderschön youtube herzlich willkommen hier auf meinem kanal wieder zu wwe supercard und ja es ist das dritte mal jetzt insgesamt dass ich ganz ultra explizit mein team team round 1 ultra dick einfach mal er lohnen muss mal wieder es ist ja eigentlich schon jetzt bald keine seltenheit mehr aber es ist der absolute wahnsinn ja wir wollen ein bisschen kurz über das vergangene team event die roto glory talken und hier seht ihr schon der macho man der randy savage er ist unsers und das krasse ist wir haben das ganze geschafft acht stunden vor ende des events ja ich will einmal ganz kurz darauf eingehen hier seht ihr unser team deck wir sind inzwischen jetzt ein wrestlemania plus plus team richtig krass alle meine mitglieder jetzt hier aus dem team haben ihre besten karten aufgestellt deswegen gehe ich hier einmal kurz durch damit ihr kurz meinen überblick bekommen ja wie das jetzt hier aussehen kann richtig nice ey ich bin so stolz wir haben vor zwei monaten fast auf den punkt genau mit unserem team gestartet und waren da auf lag plus jetzt sind wir auf wrestlemania plus plus und wenn wir mal hier kurz durchgucken durch die mitglieder ja wir haben in anführungsstrichen nur noch die and tom und daniel boone die 28 die in anführungsstrichen nur auf wrestlemania sind dazu den danger aeron der in anführungsstrichen nur auf survivor plus plus ist allerdings hier mit seinen karten die er fürs team stellt auch schon auf wrestlemania level damit ist und ja der rest ist alles wrestlemania plus ja auch ich bin inzwischen auf wrestlemania plus angekommen so kann ich euch auch einmal noch mal ganz kurz zeigen jetzt hier mein deck so und dann gehen wir direkt in die punkte übersicht rüber es ist der absolute knaller ja anfänger außer kauf dank der roman reigns money in the bank pro karte die ihr seht die ich jetzt endlich zusammenstellen konnte bin ich in wrestlemania plus reingerutscht bin jetzt über die hälfte wrestlemania plus also es ist nicht mehr weit und dann bin ich wrestlemania plus plus und habe dann im grunde genommen ja finde ich schon eigentlich auch alles damit geschafft so was mir auf jeden fall lang teilt ja dafür dass ich jetzt nicht so ultra so gesuchtete spiel king of the ring seht ihr auch bin ich auch auf wrestlemania jetzt angekommen es geht nicht mehr höher natürlich klar die die werden mir hier immer das genick brechen aber trotzdem es ist geil zu sehen dass ich es auch hier geschafft habe auf wrestlemania und zeigen auch hier noch ganz schnell money in the bank selbst hier bin ich wrestlemania aber gerade so mit einem zentimeter trotzdem richtig geile scheiße so und ja ich will hier kurz darauf eingehen auf unsere auf unsere teamleistung der absolute hammer ja auf platz 1 the viper a.k.a huga 9 seit zwei events bei uns dabei zwei events in folge direkt platz 1 ultra krass durchgepusht oder es ist sogar drei events ich weiß es jetzt gar nicht mehr jetzt will ich gar nicht lügen hier aber auf jeden fall immer richtig ultra mega fett am start also da auf jeden fall mal mega fette props 567 punkte muss man erst mal machen hier in dem event das ist auf jeden fall schon mal eine sahne leistung direkt 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 dahinter kommt der gute topias aka race nation auch ein ganz ganz lieber so ja aus unserer stream for life community eine ganz bekannter junge hier der racke nation 508 punkte hat er hingeschmissen auch richtig kranke leistung man gg auf jeden fall an euch beide erst mal aber auch was dahinter kommt ich komme dahinter mit 445 punkten dann kommt dahinter der gute schmidi ja auch erstzeit ich glaube jetzt zwei oder drei events irgendwie so am start und immer konstant am pushen 407 punkte ihr wisst ja man braucht zirka lass mich nun 360 oder so im schnitt ja im team damit wir damit man diese karte holen kann hier sieht man es ja so 360 370 punkte dann und auch das hat er gebrochen richtig starke leistung schmidi sehr sehr geil an dich alter props ging raus ja eh dahinter dann blodi mit 340 punkten auch sehr sehr nice daniel boone aka d28 ja mit 331 punkten the end torm auch 303 punkte ds mit 293 punkten lol master aka evolution 268 punkte obwohl er auch jetzt nicht so viel zeit hatte so trotzdem sich noch mal ordentlich gepusht für das mindestziel zumindestens auch alle punkte geholt das war die sv karte ultimate warrior und ja danger elrond mit 207 punkten ein bisschen abgeschlagen aber trotzdem hat er sich übelst gepusht denn er hat die woche frühschicht ja und konnte dadurch halt auch in der nacht nicht so pushen und als er dann von arbeit kam da waren wir dann schon fast durch hier mit allem so deswegen auch da in danger dicke props alter 207 punkte obwohl kaum eigentlich zeit war für ihn punkte zu holen muss man auch erst mal machen sehr sehr geil also da kann ich wirklich nur sagen hut ab an mein team die karte sieht super episch aus ich hätte nicht gedacht dass wir die karte wirklich bekommen ja denn wir waren vor dem event gerade so kurz noch mal ganz ganz kurz vor wrestlemania plus plus hatte glaube ich irgendwer noch ein pro reingehauen ich glaube die 28 dann waren wir auf wrestlemania plus plus und ja wir haben uns hier durch gepusht wie gesagt acht stunden vor ende des events waren wir hier fertig mit und das also ist gar nicht krass genug zu feiern so muss man einfach mal ganz ganz klar und deutlich sagen was ich euch auch nicht vorenthalten möchte an dieser stelle mal ganz fix hier seht ihr noch mal alter diese karte sieht so cool aus man macho man randy savage auch einer meiner absoluten lieblings wrestler of all times so ich habe ihn noch mitbekommen auch in meiner kindheit ja was total package ein top wrestler top technik ja ein absoluter akribischer verrückter mann der matches wie gegen randy gegen gegen ricky steamboat ja bei wrestlemania 3 durch choreografiert hat bis zum letzten ja das haben wir auch am 50 special podcast bei mr big mit zusammen mit d28 hatten wir ja auch das match uns angeschaut und gereviewt quasi solltet euch auf jeden fall auch mal reinziehen dann beim guten biggie auf dem kanal und ich will euch nicht vorenthalten ganz ganz kurz hier ich habe nämlich unter anderem ein king of the ring ja im halbfinale gepackt sage ich mal jetzt so halt ja sind wir ins halbfinale gekommen und habe ich mir den rock gegönnt ja den gab es dafür die niederlage im halbfinale immerhin the rock survivor auch nicht schlecht ey starke karte denke ich mal entschuldigung und was ich noch so einfach mal random gezogen habe wenn wir schon dabei sind hier die survivor charlotte ja mal sehen was die bringen wird hier hinten seht ihr noch die super token davon gab es bisher im giveaway bei mir auf meinem kanal dean ambrose sap rollins und letztens erst am montag haben wir roman reigns verlost gesponsert von mr bkd den sap rollins gab es von danger elrond aus dem team hier auch die namen von mattia 04 die page habe ich bei mr big wiederum in einem giveaway gewonnen und den anatika hat der gute sammai ego mir geschenkt richtig nice und den den ambrose hat er mir auch geschenkt trotzdem haben wir den noch mal verlosen können also ja das sind hier die karten das ist einfach alles so krass ich bin wirklich ultra gehypt und ultra geflasht hier von der ganzen nummer und ja ihr könnt ja mal reinhauen in die kommentare meine lieben wie weit seid ihr denn gekommen in der team event road to glory was habt ihr so gerissen was habt ihr bekommen würde mich wirklich interessieren so auch auf welche deckstufe ihr mit eurem team seid oder 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 by the way auch mal ein aufruf denn ich möchte gerne ein zweit team gründen das ist jetzt schon liegt jetzt schon alles eine weile in planung team around two soll das ganze heißen und ich brauche dafür natürlich noch ein paar mitspieler und vielleicht auch den einen oder anderen natürlich den ich auch ein bisschen vielleicht schon kenne aus dem chat hier bei mir aus dem stream ja der das ganze leiten kann einen hätten wir schon mal unter anderem die real kannte aber es sollte auf zwei schultern also zwei menschen verteilt sein auf zwei spieler ja damit nicht immer nur der eine sich darum kümmern muss deswegen wer interesse hat hat hätte wie auch immer ein team round two ja mitzumachen kann sich ja jemand melden in den kommentaren dass wir dann schon mal irgendwie wissen bzw mir auch über facebook oder twitter schon mal eine nachricht zukommen lassen halt eben dann würde ich sobald das team dann steht die leute dann auch ja kurz noch mal anschreiben und sagen hier meldet euch dann und schickt eine einladung raus das dazu und dann würde ich sagen ansonsten soll es das von mir gewesen sein wie gesagt mega krass ich bin so stolz auf mein team innerhalb von zwei monaten von neck plus auf wrestlemania plus plus ja gepusht so richtig krass wie gesagt an all die ganzen jungs geht ein mega dank raus und mega props halt ja auch neue typ wie der gute evo lol master evolution der wie gesagt seit tag eins dabei ist halt eben mit dem wrestlemania deck ja immer mit gepusht hat nie was erwartet hat und jetzt kriegt er endlich auch mal was zurück das ist so geil aber auch die anderen jungs alle die so lange dabei sind wir auch ein d28 oder 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 ich will jetzt gar keinen vergessen ich deswegen einfach das ganze team ist so geil wirklich ich kann es nicht anders sagen was wir hier geschafft haben ich bin wirklich stolz drauf so und das soll hier wirklich die message des ganzen videos sein hier bei die ultimate warrior karte finde ich sieht auch ganz nice aus irgendwie ja lag karte war schon michaels aber wie gesagt in acht stunden acht stunden also vor ende des events hier auf macho man zu kommen hammergeil krass ich kann es einfach nur noch mal sagen deswegen haut in die kommentare was ich gesagt habe so irgendwie lasst ein paar likes da auch vielleicht wenn es euch gefallen hat und schaut auch ruhig mal irgendwie auf twitch vorbei im livestream würde mich mega freuen lasst ein abo da wenn es euch gefallen hat und ansonsten würde ich sagen ja hören wir uns beim nächsten video also bis denne haut rein und ja habt ne geile zeitne Tschöö.